Hey Leute und guten Morgen aus Shinjuku. Wir haben jetzt gerade all unser Zeug, was wir gestern geshoppt haben, erstmal weggebracht. An den Bahnhöfen in Japan gibt es gefühlt überall sehr viele Stichfächer, wo man dann das ganze Zeug reinpacken kann. Das hat sogar nur 100 Yen gekostet. Und wir fahren jetzt 20 Minuten mit dem Zug zu einer sogenannten Shirohige Cream Puff Bakery. Das ist eine Bäckerei, die an Hayao Miyazaki gewidmet ist sozusagen. Also da gibt es sehr viele Kürtchen und Kuchen. Und da fahren wir jetzt erstmal hin. Und zwar muss man von der Shinjuku Station aus mit der blauen Oda-Q-Line bis zu dieser Station fahren. Die da heißt Setagaya-Daita. Und hier sind wir jetzt bei dem Shiguhide Cream Puff Shop. Und zwar kann man hier einmal die Totoro Cream Puffs zum Mitnehmen nehmen oder man setzt sich oben in das Café. Wenn man sich in das Café setzt, sind sie aber teurer und man muss auch noch ein Getränk dazu bestellen. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir wollen noch ein paar Fotos mit denen machen. Deswegen haben wir die jetzt zum Mitnehmen genommen. Und wir haben hier einmal Erdbeer, das ist Karamellbanane und Custard Cream Pudding sozusagen. So, wir sind jetzt wieder am Bahnhof. Der Shop ist nämlich nur so zwei Minuten vom Bahnhof entfernt. Relativ einfach zu finden und man kann dort sogar Mittagessen. Aber wenn man das machen möchte, dann sollte man wahrscheinlich vorher lieber reservieren. Denn dort scheint es ziemlich voll zu sein. Und wir waren jetzt auch sehr sehr früh da, also direkt zur Öffnung. Sogar noch davor. Einfach damit wir noch welche abbekommen. Weil manchmal sind die nämlich auch ausverkauft. I got the strawberry one. Which one did you get? I got the caramel, banana and the custard cream. Yeah, and I think the strawberry one was really nice, not too strong flavor. But really sweet kind of. The banana and caramel one, the banana flavor was actually really strong. It was like eating a banana. And you couldn't really taste any caramel, but it still tasted nice. And the custard cream was my favorite. That one was really, really delicious. Okay. Yeah, and now we are going to Ikebukuro. Grace und ich haben uns jetzt erstmal kurz getrennt. Denn wir sind jetzt in Ikebukuro angekommen. Und sie will erstmal zu Tokyo Hands und direkt in Sunshine. Und ich bin jetzt erstmal auf dem Weg zuerst in den Evangelion Store. Und dann zu einem Perückenladen. Denn ich habe vor ein Cosplay zu machen. Und dazu brauche ich ein paar Sachen von diesen beiden Läden. Übrigens schaffe ich es mittlerweile in Ikebukuro und sogar in Shinjiko immer in den Ausgängen rauszukommen, wo ich auch rauskommen möchte. Und der Evangelion Store befindet sich in einem Department Store, das heißt Parko. Das ist gefühlt direkt um der Ecke von der Station, wenn man am richtigen Ausgang rauskommt. Und ich glaube, ja hier zweiter Stock. Da gehen wir hin. Und das heißt jetzt direkt erstmal an den kleinen Reinfall. Denn die Headpieces, die ich kaufen wollte, waren im F&G & Store ausverkauft. Und das letzte Mal als ich da war, hatten sie sie noch. Und ich dachte mir nur so, ah, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dieses Cosplay machen möchte oder nicht. Und deswegen, was lernen wir daraus? Wenn ihr etwas kaufen wollt, denkt nicht darüber nach, kauft es einfach. Ah, vielleicht nicht. Aber bei der Sache hätte ich es vielleicht einfach machen sollen. Und ja, jetzt muss ich mal sehen, ob ich es dann online bestelle. Oder schaue, ob die das irgendwann nochmal kriegen. Aber ich weiß nicht, wann ich halt das nächste Mal jetzt da hinkomme. Hm, ja. Online bestellen könnte ich halt auch in Deutschland machen. Und es wäre halt cool gewesen, wenn ich das hätte einfach dort kaufen können. Und sagen können, ja, das habe ich in Japan gekauft. Aber naja. Ich habe jetzt nachgeschaut und es gibt von dem Evangian Store auch einen Online-Shop. Und vielleicht werde ich die Headpieces dann im Online-Shop bestellen. Und ja, vielleicht kennen einige von euch den Ort hier. Ich werde gleich mal noch ein Bild einblicken. Vielleicht kennen ihn dann einige noch mehr. Und zwar ist Ikebukuro auch der Schauplatz für Dorarara. Vielleicht auch ein Grund, warum ich Ikebukuro so sehr mag. Und das ist der Verrückenladen meiner Wahl. Warum kann ich euch nicht genau sagen, aber ich war da schon einmal drin. Ja, ich bin jetzt aus dem Verrückenladen wieder raus. Und irgendwie hatten sie auch nur die Hälfte der Verrücken, die ich haben wollte. Aber wenigstens eine habe ich bekommen. Und die andere ist zur Zeit ausverkauft in der Länge, in der ich sie haben will. Aber ich konnte denen meine E-Mail-Adresse da lassen. Und die schicken mir eine E-Mail, wenn die da ist. Und wenn ich Glück habe, passiert das auch noch, bevor ich halt Japan wieder verlassen muss. Und vielleicht auch noch vor der Komikett. Mal sehen, ich hoffe, dass das klappt. Wir waren vorhin dann noch ein bisschen im Sunshine in Ikebukuro unterwegs. Und da habe ich schon mal ein Video von gemacht. Das habe ich schon mal geblockt. Deswegen werde ich euch das Video an der Stelle einfach mal verlinken. Und jetzt sind wir wieder am Bus Termin in Shinjiko. Und jetzt geht es zurück nach Kuku. Und ich hoffe, dass das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Shukurimu. Ist es Shukurimu? Shukrin. Nein. Es ist Shukrin. Aber es ist geschrieben, Shukurimu.